Guten Tag, herzlichen Glückwunsch für 20 Jahre Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds. Ihr habt großartige Arbeit gemacht, in dem ihr eine Ort wart, in dem Politik und Gesellschaft sich begegnen konnte. Das Wichtigste für die Zukunft sind die jungen Leute und das Wichtigste ist, miteinander zu reden, denn sonst wird es keine gemeinsame Zukunft in Europa geben. Insofern zu den Glückwünschen für die ersten 20 Jahre. Die Hoffnung bleibt weitere 20 Jahre.